Ahoi! Wohnst du noch oder lebst du schon? Vor ein paar Jahren warb ein bekanntes Möbelhaus mit diesem Slogan. In der Kommunalpolitik ist Wohnen ein immens wichtiges Thema. In einer großen Stadt wie Dresden hört man immer wieder von Wohnungsknappheit und Wohnungsnot. Weshalb sich auch alle Parteien durch die Bank weg auf die Fahne geschrieben haben, mehr Wohnraum für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Natürlich mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen. In der Diskussion hört man sehr häufig den Begriff Gentrifizierung. Was das ist, was dahinter steckt, das schauen wir uns jetzt an. Gentrifizierung, abgeleitet vom englischen Gentrification, ist ein Prozess, den jeder von uns schon mal im Alltag beobachten konnte, aber nur die wenigsten machen sich aktiv darüber Gedanken. Schon in den 60ern formulierte Ruth Glass, eine britische Soziologin, den Verlauf wie folgt. In der Regel haben wir folgende Ausgangslage. Wir befinden uns in einem Stadtteil mit relativ niedrigen Mieten. Die Menschen, die dort wohnen, sind genau auf diese niedrigen Mieten angewiesen. Zum Beispiel Alleinerziehende, Geringverdienende, Studierende, Auszubildende oder auch Rentner und Rentnerinnen. Die Bevölkerung ist in mehrerlei Hinsicht sehr stark durchmischt. Was jetzt folgt, ist eigentlich recht positiv hervorzuheben. Das Viertel erhält durch die Bürgerinnen und Bürger eine Aufwertung. Und die kann auf vielerlei Art und Weisen passieren. Anwohner und Anwohnerinnen hübschen ihre Straße durch Begrünung auf. Mutige Selbstständige eröffnen ein kleines Bistro oder eine hippe Second-Hand-Boutique. Künstler und Künstlerinnen eröffnen Galerien, halten Konzerte ab. Oder auch ganz simpel. Die Auszubildenden und Studierenden beenden ihre Bildungswege und haben plötzlich eine stärkere Kaufkraft. Durch den Aufschwung des Wohngebiets wird dieses nun interessant für Investoren. Durch Neubauten und auch Renovierungen werden hübsche neue Häuser hochgezogen, die jetzt auch besser zum hippen Stadtbezirk passen. Besserverdienende, sogenannte Gentrifier, ziehen dann in diese neuen Wohnungen. Und mit dem neuen Klientel passt sich sowohl der Einzelhandel als auch die Gastronomie an. Die Second-Hand-Boutique wird plötzlich eine Edelboutique und das Bistro wird ein schickes Restaurant. Wir Piraten sehen es als Verantwortlichkeit der Politik an, Gentrifizierung gezielt zu verhindern. Im Gegenteil, wir fordern eine Degentrifizierung bei Stadtgebieten, in denen das schon passiert ist. Darüber hinaus fordern wir einen 30-prozentigen Sozialbildungsanteil bei Neubauten und die Förderung alternativer Wohnformen. Denn es geht nicht nur ums Wohnen, es geht auch ums Leben. Das heißt, wenn du dir die Frage stellst, wohne ich noch oder lebe ich schon? Diese Frage geht deutlich tiefer. In diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.